So, herzliche Calle, hier bei WeGo Vacation. Wir machen jetzt tolle Dabitur. Eine, und zwar gehen wir Wegpunkt 6. Und das sind Mittelgeländerwagen. Eigentlich muss ich Mittelgeländerwagen. Weil wir jetzt den schwierigen Weg fahren ist bei dir hier. Ich frage jetzt die Frau und sie sagt, oh je, und wer am Himmels Willen würde so einen Steiger- und Geländerwagen hochfahren wollen? Weil Gedanken werden schon ganz anders. Du bist nicht jemand, der so etwas sucht, oder? Ich glaube nicht, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Du kommst jetzt mit dem rechten Weg auf dein Pferdweg. Verspreche ich mir, dass du nicht umhatnest. Ich spreche dir gar nichts, sonst bekomme ich das Tolle Dabitur, hier muss ich erst zu schreien. Was dauert es denn mal schon? Das sieht einfach nicht so schwer aus. Das war einfach nicht hochfahren, links, rechts. Sollte ich mir ein bisschen lenken. Boah. Ich muss das Auto oder nach Gleichem in der Weg statt, wenn es dir was geben würde. Oh, wie schafft ihr das noch? Komm einfach da mit dem Flashbook voll abkehren auf dem Rechten auf dem Holster. Das kann ich wieder. Wir müssen es gleich geschafft haben, ja. Wieder runter, nach oben. Und... Ich stelle die Verzerrten mit an, wie ich heute merke. Und jetzt fangst du mich geschluckt. Und jetzt komm ich, komm ich, komm ich, komm! Ah ne, das ist doch die letzten Parts der Oben. Wir müssen das. Und... Und... Oh, das reicht, würde ich mal sagen, 3,4. Toll, doppelt. So. So.